hallo und willkommen ich spiele heute eine oh gott eine portal 2 custom map alleine und zwar ist das panelized by cia creations wie immer wird das ganze auch eingeblendet ich bin hier in so einem witzigen raum mit einem knopf gelandet hallo man versteht warum das panelized genannt wurde oder oh es laggt ein wenig so das war jetzt nicht so hart oder was soll ich hier genau unten tun ich weiß es nicht da kann man aber auch nichts durchschießen ah darauf hätte ich kommen können laserpunkt deaktiviert ok dieser raum ist nun etwas größer kann ja mal versuchen uns ein bisschen überblick von da oben zu verschaffen rotierende metallplatte stoppt angst und zwar also hier muss man würfeln äh oh hallo dort oben knopf wo knopf ich sehe keinen knopf da ganz oben oder was da geht aber blauer strahl los da geht aber blauer strahl los knopf 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 hallo hallo was probieren was ist hier knopf verarschen äh ja Ja, Entschuldigung. Oh, das klappt auch rum. Oh, ich habe eine Idee. Hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, und nun? Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Das ist irgendwie so ein grundlegendes Problem von mir. Aber es muss damit zu tun haben. Aha. Könnte man mal probieren. Ich glaube, das ist alles Bullshit, was ich hier mache. Oh, hätte ich jetzt den King-Opfe drücken können? Hätte das gereicht? Oh, ich habe wieder mal Ewigkeiten gebraucht, bis ich mich... Natürlich verschwindet mein Portal, wenn ich da den Knopf drücke. Ah, Idiot. So. Blau kann ich setzen. Oh, hallo. Ja, und jetzt? Das ist ja prima, aber was bringt mir das in der Theorie und in der Praxis? Angucken von unten. Ah. Vorher nicht gesehen. Ey. Verarschen. 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 Oh. Knopf. Ja, natürlich. Äh. Äh. Stopp. Äh. Äh. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Dankeschön. Achso, wir können wirklich nur von hier oben das... Pfff. So. Okay, wir können nur von hier oben die Dings aufnehmen. Hod. Oh. 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 Achso. Eigentlich würde ich hier gerade nur irgendwie weg. Irgendwie ist der Knopf schon immer da so komisch. Ist da eine Kante vor, wo ich stehen kann? Nee. Nee, das war doof. Das war total bescheuert. Oh, willst du mich verarschen? Los, her damit. Ach, ich bin so ein Pimp, dass ich das getroffen habe. Oh, Mann, ey. Ficken. Los, wird vaporisiert. Jetzt muss ich diesen Spaß da oben nochmal machen. Mann, oh Mann, da habe ich Lust drauf. Ah, Strahl. Nachher, da. Okay. Blau. Äh, gelb. Gelb. Blau. Ach so, das... Ui. Ui. So, das Portal da unten bringt mir, dass ich da hoch kann, ne? Der Knopf da oben bringt mir den Schalter an. Das heißt, ich komme über dieses Portal nach da und hoffentlich auch wieder nach da. Hoffentlich. Okay, das probieren wir mal. Aha. Ach, nö. Muss sich immer alles verändern. Man gewöhnt sich immer so schön an irgendwelche schönen Sachen, die man sich schon gewöhnt hat. Ah. So, da oben will ich das Ding haben. Oh, hallo. Ah. Das funktioniert sogar, was ich mir denke. Bitteschön. Oh, Gott. Ist nicht wahr, dass der sich jetzt da festbuckt. Ach so, ich bin auch ein Idiot. Da oben ist ja auch ein Git davor. Oh, no. Ich weiß es nicht. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Das war's für heute. Oh mein Gott, ey. Ich bin manchmal so dämlich, mir fällt immer nichts ein. Es tut mir leid. Es ist aber auch schon spät am Morgen, falls ihr versteht. Ach, ich hab den Würfel verloren. Naja, bitte. Naja, bitte. Okay, neuer Versuch. Warum hat er den Würfel nicht auf dem Lichtbarrieren-Brett-Dings abgelegt? Versteh ich nicht. Ja. Ja. Ach, ich muss das ganz außen setzen. Ah, dann, dann, dann. Ich mache gerne alles fünfmal. Plums, Würfel. So, ist es jetzt drüber? Ja. Ja. Na, ein Versuch ist es wert. Also, komm. Die Kante ist irgendwie nicht gut gemacht. Ach so. Ne. Hier ist eine Kante und hier ist eine Kante, über die man springen muss. Bitte ich zu bearbeiten. Nicht runterfallen, das war eine scheiß Arbeit mit dir. Nicht runterfallen, das war eine scheiß Arbeit mit dir. Ach, der muss einfach da oben drauf. Ich hab irgendwie keine Ahnung mehr von Portal. Scheint mir jedenfalls so. Da muss er hin. Da muss er hin. Hier ist ein fetter Grill und da ist das Portal, wo ich hin will. Oh, der Strahl kann mir doch auch nicht helfen. Der kann mir gar nicht helfen. So, der kann mir auch nicht helfen. Okay. Okay. Wäre so schön, wenn man durch dieses Portal da könnte, aber dann steht man hier oben drauf. Ich glaube, das ist die Sicht besser. Hallo. Krass. Ob man die Portalfläche nicht mehr sehen haben könnte? Oh, langsam werde ich müde. Wir sollten das Rätsel lösen. Ich guck mir das nochmal von vorne an. So. Von so weit vorne meine ich nicht. Boah, ist ja geil. Ich dachte schon, der Würfel fällt wieder runter. Obwohl, dann wäre er unten offen. Naja, gut. Vielleicht muss ich einfach irgendwas in irgendeiner anderen Reihenfolge machen, als ich es bereits jetzt gemacht habe. Jetzt habe ich hier eine Schräge. Was bringt mir die Schräge? Ich kann da reinfallen. Höher. 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 Ach so. Dadurch, dass die sich die Wand aufrichtet, habe ich überhaupt eine Portalfläche in die Richtung. Die sind irgendwie alle nicht nutzbar Und die Grillen sind aus Ja, und jetzt? Ich resümiere Dieser Knopf Da Rechter Knopf Zoom Linker Knopf Würfel Achso, der Knopf macht hier das Gebilde auf Und alle Knopf sorgen irgendwie dafür, dass ich hier nie wieder hinkomme Das hatte ich mir hier irgendwo ein Portal lassen und Oh Gott Überblick von oben Was machst du noch mal genau? Hallo Okay Reihenfolge wie vorher Naja gut, hat er schon mal geklappt, ne? Oh, ich glaube ich habe vorhin geglitcht Warte mal Warte mal Nochmal Das Rätsel ist Lösung Okay, aber ich glaube das war ja diesmal sogar richtig Im Vergleich dazu davor So, jetzt bin ich hier immer noch oben Aber es ist doch etwas enger geworden mit der Zeit Boah ja klar Also muss ich den da oben wirklich aufgeben Wobei So, jetzt muss ich jetzt Also Sonst Das ist gut Ich denke, wie ich sie So, jetzt muss ich in der Zeit Vai Weil ich hoffe, ich bin Ah, kann ich da hinspringen und glitschen? Ich weiß nicht mehr weiter. Das ist nicht gut. Nicht mehr weiter, wie es ja nicht gut. Oh, dieser dumme Kante hier, Mann. Ob das überhaupt noch erlaubt ist. Okay. Hm. Das hat nicht gepasst, glaube ich. Befürchte ich. Ach, Mann, jo. Würfel, komm her. Das krieg ich noch hin. Genau, das will ich machen. So, Würfel wieder gerade. Komm. Genau. Oh, ich dachte schon, ich habe mich festgebackt. Ha, ohne ein Portal zu benutzen. Ich habe eine Idee. Daran arbeiten wir noch mal. Würfel. Höhö. Das geht wirklich nicht. Wir müssen den da oben abstellen. Machen wir das wieder so, dass es über die Hälfte rausragt. Wunderbar. Ich muss es nur wollen. Ich muss es nur wollen. Ah, der Schalter ist erst benutzbar, wenn er hochgefahren ist. Okay, schade, wäre ein Glück gewesen. Ah. Wum, 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 wum. Wum, wum. Wum, wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Wum, wum. Knopf. Ey. Knopf. Die Frage ist, wie bin ich denn da nochmal runtergekommen? Bestimmt nicht so. Hä? Oh Gott, ich bin ja auch ein Gumpen. Jetzt ist da ein Portal, da ein Portal, da ein Portal und da ein Portal. Hüpf. Fluss, klapp aus. Jetzt möchte ich wissen, wann er das Ding da umweg macht. Und wo ist gerade ein Würfel kaputt gegangen? Im Vorraum, wo ich vorher war? Was sollte dieser Vorraum eigentlich? Ich verstehe das auch nicht. Der sagt mir gleich, klasse, ihr geht so ein Moving Panels oder wie heißt das Level? Panelized. By Seer Creations. Ja. Und nun? Ich hab aber nicht so ein Brettdings hier. Ich kann das nicht nehmen, das ist zu tief. Hab dann wieder was falsch gemacht, oder? Ja. Ja. Jetzt fällt mir, Idiot, erst auf, dass die Portalgang mal so blau und rot leuchtet. Je nachdem, was ich jetzt gesetzt habe. Das heißt, ich kann daran ablesen, was ich setzen muss. Faszinierend. Okay, wir betrachten Piktogramme. Ist die alle nummeriert? Nee. Ich soll mich erst abschießen, damit ich auf dem Ding lande. Auf dem Ding? Was passiert denn? Wenn ich jetzt einen neuen Rücken anfordere. So. Jetzt bin ich schon mal ein Held der Nation. Ach Gott. Ah, ich seh's schon. Stopp. Ähm. Das ist ja doof. Das ist ja oberdoof. Nein, Würfel. Würfel liegt jetzt da drin. Das heißt, ich dreh den Strahl um. Scheiße. Dann muss ich den... Nein, so nicht. Warum ist da ein Grill? Ich dachte jetzt, man schießt ihn dadurch ab. Der Grill hängt über diesem Strahl. Warum auch immer da ein Grill hängt. Und dann müsste ich den bis da transportieren. Und dann da das Portal setzen. Damit er daran transportiert wird, das Portal wegnehmen. Der Würfel fällt da hin. Und irgendwie fliege ich dann da rüber. Ist aber nicht. Würfel anfordern. Ich weiß nicht wirklich, was ich tun soll. Ich verzweifle gerade ein bisschen. Ähm. Ich glaube, ich gebe mich geschlagen. Weil ich nicht weiterkomme. Und mir ein zweiter Mann fehlt. Der im Notfall Gedanken gibt. Was sonst immer sehr nützlich ist. Ähm. Ich gebe auf. Ich aktiviere die Sheets. Und probiere mal Noclip. Und will mal angucken, was überhaupt passiert. Hier ist eine magische Wand gewesen. Ist das jetzt, wo ich gecheatet habe? Gucken. Hier ist generell eine magische Wand. Okay. Wir probieren das mal so. Ich glaube, man muss den über den Dings fallen lassen. Witzbeute. Wie soll ich denn dann da hochkommen? Durch den Strahl. Durch den Strahl, der nicht mehr an ist. Genau. Genau. Der Grill ist zwar nicht mehr an, aber habe ich keinen Strahl. Kann ich auch nicht durch. Okay. Ich gebe mich geschlagen. Wenn dann irgendwie... Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie ich hätte das zu lösen sollen. Das ist aber ein komischer, dunkler Schacht. Möchte ich da rein? Ich möchte eigentlich demontiert werden. Das ist anscheinend das Ende gewesen. Wenigstens ein einfallsreiches Ende, aber... Okay. Gut. Ich gebe mich dieser Map gegenüber geschlagen. Postet mir bitte als Kommentar oder sendet es mir als PM, wenn ich irgendwie irgendwas übersehen habe oder irgendwas probieren soll. Ich werde es probieren, aufnehmen und hochladen, aber... Diese Map hat mich zur Verzweiflung gebracht. Sie ist die erste Map von Sia Creations. Jedenfalls hat er das geschrieben gehabt. Und... Soll wohl bis jetzt nur von ihm selbst getestet sein, was... Auch immer für kranke Ideen er wohl hatte. Die Map hatte noch kein Rating auf thinkingwithportals.com. Weshalb ich auch nicht einstufen konnte, ob sie lösbar ist. Ansonsten, ganz hübsch gemacht. Die ganzen Panelen waren bestimmt nicht leicht. Nur diese eine Kante gefällt mir gar nicht, wo man rüberhelfen muss, um ins Portal zu kommen, obwohl da eigentlich nichts da ist. Aber na gut. Ich hoffe, ich kriege ein paar Lösungsvorschläge von euch, damit ich das vielleicht noch hinkriege. Und ansonsten sehen wir uns dann mal wieder irgendwo anders bei Lego Star Wars, LOL, Sacred oder Portal. Also, bis dann.